Was wollen Sie hier? Nichts, gar nichts. Doch, Sie befinden sich hier auf Privatbesitz. Privatbesitz? Hier wird sich drum gelungert. Hier was nennt man unbefugtes Betreten. Ich habe keine Schilder gesehen. Und wie nennst du das? Graffiti? Nö, Mann. Das ist kein Graffiti. Das ist ein Verbotsschild. Wer kann ich lesen? Ich lese es dir vor. Da steht deutlich, dass es ein Privatgrundstück ist. Betreten für Gesichtsärsche verboten. Damit meinen wir solchen Vögel wie dich. Das steht alles da drauf? Ja. Wenn ihr es in meiner Sprache geschrieben hättet, könnte ich es vielleicht lesen. Der Typ hält sich für witzig. Kann darüber gar nicht lachen. Ich auch nicht. Moment mal, Jungs. Ehe wir uns missverstehen. Wartet mal. Ich glaube, wir fangen die ganze Geschichte falsch herum an. Das ist also Privatbesitz. Ihr wollt eure Hochreizrechte in Anspruch nehmen? Was ich damit sagen will, ist, ich hab euren Pinkelberg entweiht. Oder was immer das sein soll. Und ihr nehmt Anstoß an meine Anwesenheit. Kann ich gut verstehen. Ich würde euch ja auch nicht so gerne in meinem Garten haben. Das ist euer Domizil. Was Recht ist, soll recht bleiben. Ich respektiere das. Also, wenn ihr so freundlich seid und mir einfach aus dem Weg gehen würdet, dann trage ich meine Probleme woanders hin. Okay. Ist doch ein faires Angebot. Was sagst du denn dazu? Der Kerl soll dafür blechen. Klasse Idee. Du musst ne Gebühr zahlen. Ich werd euch was verraten, Jungs. Mein Bedarf an Ärger ist für heute gedeckt. Ich bin nicht mehr in der Stimmung. Wie soll er uns bezahlen? Wie wär's mit dem verpissten Aktenkoffer? Krasse Idee. Wir wollen deinen verpissten Aktenkoffer. Komm nicht in Frage. Ihr bekommt meinen Aktenkoffer nicht. Mach hier nicht den Löffel und gib uns den Aktenkoffer, aber ein bisschen plötzlich. Okay. Schon klar. Ich wollte mich nur um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Ich war bereit, euer Territorium zu respektieren und euch wie Männer zu behandeln, aber ihr könnt's nicht lassen. Ihr seid nicht mehr in der Lage, einen kleinen Mann nur fünf Minuten auf eurem kostbaren, verpissten Hügel sitzen zu lassen. Okay. Ihr wollt meinen verpissten Aktenkoffer? Ich hol ihn für euch. Ihr könnt ihn haben. Bitte sehr. Hier ist er! Ein Aktenkoffer! Hier ist er! Hallo, hol ihn! Okay, eins, zwei, Kasschen! Komm runter! Wo willst du hin? Bleib stehen! Mach hier nackt! Ich lasse dich an! Stop it!